Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Es ist Anfang des Monats und deswegen bekommt ihr wieder ein Video aus der Sketch-Reihe. Das habe ich auf den Anfang des Monats gezogen. Wir testen das jetzt mal so ein bisschen aus, um zu schauen, wo dann mehr Einsendungen bei reinkommen. Also die Idee ist, es gab letzten Monat einen Sketch vorgegeben, der sieht so aus. Und nach diesem Sketch sollte man eine Karte machen mit der Bonusaufgabe, man soll eine neue Farben verwenden und eine Shaker-Karte draus machen. Und folgendes habe ich draus gemacht. Ich habe mit der Sanduhr gearbeitet und habe eine Sanduhrkarte gemacht. Die sieht so aus. Und ich habe auch hier noch eine Steampunk-Totenkopf-Version. Die sieht dann so aus. Genau, wir basteln heute nochmal eine dritte Variante. Das war mein erster Prototyp, fand ich cool. Dann habe ich noch eine Steampunk-Version gemacht, fand ich auch super schön. Und jetzt machen wir nochmal diese hier ein bisschen heller, weil ich dachte, die sind alle sehr dunkel geworden und sehr moody. Und wenn jemand die irgendwie als nette Hochzeitskarte verschenken will oder so, dann ist vielleicht... Also ich würde mich über so eine freuen, aber tendenziell ist das nicht so der Schnitt der Menschen. Deswegen machen wir nochmal ein bisschen eine hellere, freundliche Variante. Einfach nur, damit ihr verschiedene Varianten seht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr am coolsten findet. Meinungsbild ist immer sehr wichtig. Also nehmt das ernst, schreibt unten ruhig rein, was ihr gut findet. Dann kann ich nämlich in der Zukunft einfach mehr planen, was ihr lieber sehen wollt. Gut. Okay. So, was gibt's noch zu sagen? Also Organisatorisches. Es ist jetzt immer am Anfang des Monats. Wir gucken mal, wie das läuft, weil ich denke, dann ist die zeitliche Planung gut. Weil wenn wir den letzten Monat gemacht haben, den letzten Sonntag, dann war es oft so, wenn der dann, keine Ahnung, noch 4-5 Tage hatte, dass ich dann in diesen 4-5 Tagen bis zum Monatsende noch Karten eingesendet bekommen habe, die aber dann gar nicht mehr ins Video reinschaffen. Deswegen machen wir erst Anfang des Monats, damit ihr mir wisst, ihr könnt bis zum Ende des Monats wirklich einsenden. Dann kommt's auf jeden Fall auch noch an in dem Video. Okay. Testen wir mal aus. Ich muss mich auch übrigens direkt entschuldigen. Ich vermute, dieses Video wird zu spät kommen. Ich drehe es noch rechtzeitig, aber die Sketch-Videos, das sind die alleraufwendigsten Videos, die ich produziere, die brauchen fast einen gesamten Tag. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Und ich bin heute Nachmittag verabredet und ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, dieses Video noch rauszubringen. Deswegen kommt's vielleicht ein bisschen später. Das tut mir dann leid, aber ihr wisst jetzt vielleicht, warum. Die dauern nämlich ewig, diese Videos zu produzieren. Okay. Wir fangen an. Und zwar, ich denke mal, ich zeige euch zuerst alle möglichen Teile, die ich überhaupt benutzt habe. Also der Star des heutigen Projektes ist das Set Gemeinsame Zeit. Da ist eben die Sanduhr drin. Ich bin mir sicher, wenn ihr auch eher noch was, ich sag mal, niedlicheres, freundlicheres, kitschigeres haben wollt oder so, dann findet ihr genug, auch noch im Internet, was andere Leute gemacht haben. Man hat hier die Sanduhr. Man kann diesen Sand hier reinstempeln und den da. Oder man macht den Sand auch in Herzform, der hier noch drin ist. Das kann man machen. Hier ist ein schöner Banner. In dem Banner hier sind Sprüche vorgegeben, aber man kann auch jeden anderen klaren Fotopolymerbruch so ein bisschen biegen, um den da reinzumachen. Ich habe aus dem Set, aus den Stanzformen, habe ich die Sanduhrumrundung benutzt und auch hier diesen Sanduhrrahmen. Super, super schön. Hier ist noch ein bisschen Gestrüpp drin und ein bisschen Herzkonfetti, das man reinmachen könnte. Was auch immer, eine kleine Sanduhr, die ist zum Beispiel schön für die Innenseite. Ja, also da, Sanduhr-Set. Gut, lege ich mal zur Seite. Habt ihr gesehen. Genau. So, ich fange an mit einer Kartenbasis. Die ist in Pekanus. Genau auch wie das Sanduhrengerüst. Kartenbasis hat die Maße wie immer. Ja, dann habe ich eine Lagun Olivgrün, die ist 10x14cm, also die erste Kartenauflage ganz normal und da habe ich direkt zwei von diesen Ranken ausgestanzt. Ich möchte einfach noch ein bisschen Pflanzendeko an die Sanduhr haben. Hier habe ich eben, wie gesagt, Zahnräder benutzt, die sind fremd, die sind vom Timholz. Und jetzt benutzen wir Ranken, was auch immer ihr da benutzen wollt. Ich nehme aus dem Set Filigran Floral, da haben wir hier so eine ganz große, schöne, die man eben auseinanderstückeln kann. Aber was auch immer ihr da habt oder wollt, nehmt an Gestrüpp, was ihr gut findet. Und das habe ich eben aus der Lage da drunter ausgestanzt. Dann ist das ein bisschen Papierschonen da. Dann habe ich eine Auflage in Vanille. So, das hier waren 10x14cm. Dann sind das 0,7cm jetzt. Also 13,7x9,7cm in Vanille. Und die habe ich auch direkt geprägt mit der Prägeform Vintage Druckschrift, heißt die, glaube ich. Das ist tatsächlich jetzt so ein Running Theme. Wir haben hier diese Vintage Druckschrift, die eben diese unregelmäßigen Texturen hat. Und dann aber Wörter drüber. Und wir haben das auch als Mauer. Ich gucke mal, ich hoffe mal, es liegt direkt hinter mir. Ja, die ist jetzt neu im Jahreskatalog. Das ist eben hier eine Mauer, aber auch wieder dieses krisselige drüber. Und jetzt im Winterkatalog haben wir auch nochmal so eine mit so krisselig oben drüber, die dann so ein regelmäßiges Muster hat. Die werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Die war aber auch nicht verfügbar jetzt im Katalog statt. Die Prägeform waren irgendwie zu spät da. So, das ist die Auflage. Die werden wir auch gleich ein bisschen bearbeiten. Dann habe ich für die eigentliche Sanduhrenauflage habe ich eins der Rechtecke mit Büttenrand benutzt, weil Büttenrand passt immer zu Vintage-Projekten. Habe direkt die Sanduhlkontur rausgestanzt hier. Das brauchen wir nicht mehr. Und nochmal ein extra Stück von Vanille zum Hinterlegen und auch nochmal Folie. Aber da kommen wir gleich dazu. Das hier räume ich auch mal direkt auf. Dann seht ihr nämlich, das ist immer ganz gut, dann seht ihr genau welche Größe es ist. Also es ist das drittgrößte, wenn ihr das auch benutzen wollt. Gut. Und für ein Vintage-Projekt dürfen die Sachen nie so bleiben. Das wisst ihr auch mittlerweile von mir, sondern die müssen immer noch ein bisschen beschmuddelt werden. Das heißt, ich lege mir hier das zur Seite. Nehme mir mal meine Schmuddelunterlage hier. So. Hier das extra Stück Vanille. Das muss einfach nur größer sein als dieses Sanduhl-Dings. Meins passt jetzt genau dahinter. Ist aber völlig egal. Wir müssen das sowieso nachher einkürzen. So. Stempel habe ich auf dem Block. Und ich stempel in Savanne. So. So, Pi mal Daumen in die Mitte. Letzten Endes kommt es nicht drauf an, weil wie gesagt, das müssen wir sowieso überall drum herum einkürzen. Das ist die Sanduhr. Und jetzt lassen wir Savanne auch direkt liegen. Den Stempel tue ich mal zur Seite. Und beschmuddeln alles. Das heißt, ich nehme hier einen Schwamm. Ich mag Schwämme gerne für Vintage-Projekte. Ich könnte sogar mein Vintage-Savanne nehmen, fällt mir auf. Ich habe doch extra ein zweites. Alles, das müsste ich hier hinter mir liegen. Genau, das ist mein Vintage-Savanne-Kissen für genau diese Beschmuddel-Arbeiten. So, das heißt, ich gehe hier ein bisschen drüber. Oh, da ist mal ein bisschen viel Farbe. Immer noch. So, also nur vorsichtig. Ich mache hier unten die Sanduhl ein bisschen dreckig. Das ist jetzt ein bisschen doll geworden. Das macht aber nichts, dass nachher sowieso... Ja, da können wir auch noch ein paar gröbere Spritzer hier reinsetzen. Da ist nachher sowieso der Sand drüber. Also so ist die Innenseite. Und dann dieses Stück hier. Ich mache es nur dezent. Dass es einfach noch ein bisschen dunkler wird, weil das Vanille an sich ist mir zu hell. Aber Savanne-Farben im Farbkarton habe ich mir angeguckt, das ist mir schon zu dunkel. Deswegen mache ich einfach nur so ein bisschen. Und das fängt sich halt sehr schön an den Kanten, an den Rändern. Das sieht immer gut aus für Vintage. Und ich gehe tatsächlich nochmal mit ein bisschen extra Liebe um die Kanten drumherum, dass die schön dunkel werden, dass sich das gut von der Lage drunter abhebt. Weil die sind ja hier die gleiche Farbe. Das war bei den anderen Projekten nicht so. Da habe ich immer zwei verschiedene Farben genutzt. Kann ich euch am Ende auch sagen, genau welche Farben und Produkte da drin sind. So, und die Lage natürlich auch ganz wichtig. Und jetzt sieht man gleich schön, wie die Prägung rauskommt. Weil sich die Farbe natürlich an den erhobenen Stellen deutlich besser fängt. In der Mitte ist es nicht so wichtig, weil da ist sowieso die Sanduhr drüber. So, und auch hier gehe ich nochmal extra um den Rand drumherum. Für ein bisschen extra Vintage. Super schön. Und wie gesagt, da könnt ihr die Druckschrift nehmen oder die Mauer nehmen oder dieses andere Muster nehmen, was auch immer euch glücklich macht. Ich habe jetzt hier die Druckschrift genommen, weil das irgendwie mit der Sanduhr und mit Zeit und dann so, das fand ich irgendwie passend. So, und die anderen Teile kriegen tatsächlich das gleiche Treatment. Also hier die grüne Lage, da habe ich das Stempelkissen in Olivgrün. Und da kommt auch einfach nur so ein bisschen getupft eben, jetzt stemple ich es nicht ab, jetzt nehme ich genau, oh, das ist ein bisschen blass, genau diese grobe Textur, die man hat, wenn man es nicht abstempelt. Hier, das möchte ich da drauf haben. Dann sieht es einfach viel organischer aus und viel mehr nach ein bisschen Vintage. Das ist mir immer ganz wichtig, sonst sehen die Farben so platt aus. Das mag ich bei Vintage nicht. So, und insbesondere eben die beiden Zweige, also bei der Lage hätte man jetzt drüber streiten können, aber die Zweige werden so ein bisschen betupft, dass da ein bisschen mehr Leben reinkommt. Und das macht einen großen Unterschied, finde ich. So, gut. Dann haben wir Olivgrün und das Gleiche kommt natürlich auch nochmal in den Pekanus. So, das heißt hier die Kartenbasis. Innenseitendesign habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich würde eine Lage in Vanille auf die Innenseite machen und links und rechts auch nochmal ein bisschen von dem Gestrüpp reinmachen. Vielleicht noch die Sanduhr in Savanne ausstanzen, die kleine und die auf die Innenseite kleben. Oh, da sieht man zum Beispiel, das Pekanus ist ja eine neue Farbe, die ist noch ganz, da ist noch ganz viel Tinte drin. Ist noch ganz frisch, habe ich noch nicht viel benutzt. Das gibt dann gleich so einen Effekt. Gucken wir mal, dass wir es hier ein bisschen dezenter hinbekommen. So, super. Viel besser. Gut, dann kann das alles zur Seite. Und jetzt ist es nicht mehr viel, jetzt muss man eigentlich nur noch zusammensetzen. Achso, Statistik habe ich gar nicht gesagt, gell? Also, das ist ein Kunstlevel, würde ich schon sagen, von drei, weil es viel zusammensetzt und viel beschmuddelt und viel gemacht ist. Aber ihr seht, es ist nicht schwer, aber es ist einfach noch ein bisschen Aufwand. Es ist ein Techniklevel. Ich setze auch mal von drei, weil es etwas Interaktives ist. Und ein Budgetlevel setze ich auf zwei, weil Standformen benutzt worden sind. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Und hier könnt ihr die Deko für das Gestripp und so sowieso nehmen, was auch immer ihr wollt. Also, jetzt machen wir hier weiter bei diesem Sandwohnstück. Da müssen wir jetzt auf der Rückseite Folie anbringen, damit da ein Shakerfenster draus wird. Das hier ist ein Stück Klarsichtfolie. Und zwar hat es die Maße 7x10,5. Nehmt da bitte eine gute Klarsichtfolie, also nicht einfach irgendeine Overheadfolie. Das ist in meiner Erfahrung zu leicht und zu flimsig, sondern nehmt was, was schön hält. Und da gehe ich jetzt hier drüben mit Abreißklebeband dahinter. Das kann man so ein bisschen um die Ecke zwingen. Und dann gehe ich eben schön bis vor in diese Ecke da und klebe das weg. Und ich mache auch tatsächlich nur links und rechts einen Streifen. Letzten Endes muss die Folie, oder das Shaker-Element wird an die Folie dran gebastelt. Also bei dem Shaker-Element ist dann nachher, dass alles gut dicht ist und alles gut klebt und so weiter. Das kommt aber an die Folie. Dieses Ding ist nur zur Deko obendrauf. Das heißt, das muss nicht überall bombig halten. Das soll einfach nur halbwegs gescheit in der Folie kleben. Also macht euch da keinen Stress. Das kann man ruhig einfach so Pi mal Daumen mit. Also da muss man jetzt nicht da oben noch Kleber reinmachen. Und es ist natürlich ein trockener Kleber, weil auf der Folie sonst nichts klebt. Also da brauchen wir ein Klebeband. So, und die Folie kommt jetzt hinten dran. Das ist so bemessen, dass das eben schön obendrauf kommt, ohne drüber zu gucken. So, und dann einmal feststreifen. Super. Man hätte vorher die Folie selber bissmuddeln können, habe ich mich aber dagegen entschieden, weil der Sand, den ich benutze, relativ hell ist. Den sieht man sonst nicht. Man hätte auch mit Schleifpapier so ein bisschen Kratzer reinmachen können. Das kann auch gut aussehen, wenn man das mag. So, und jetzt die Geheimwaffe für Shakerfenster sind die Schaumstoffklebestreifen. Und da nehme ich mir so einen ganzen Streifen und dann nachher nochmal so ein Teilstück. So, ich fange an. Die hier oben, quasi die Holzplattform, wo es draufsteht, die ist nachher überdeckt von dem Rahmen. Die sieht man nicht. Das heißt, da können wir drüber kleben, ohne dass man es sieht. Und ich lasse oben, also ich entscheide mich jetzt hier ist oben, weil letzten Endes ist es sowieso symmetrisch, lasse ich ein kleines Loch, wo nachher der Sand reinkommt. Und dann gehe ich hier einfach rundherum. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Nicht so gut. Ich lege mal was Dunkles unter. Ja, viel besser. Jetzt gehe ich rundherum und mache den Shakerstreifen dahin. Die einzige Stelle, die ein bisschen anders behandelt wird, also ich lasse überall einen guten Abstand, dass man den Shakerstreifen nicht so auffällig sieht. Die einzige Stelle, wo ich das nicht tue, ist hier an der Engstelle. Na, jetzt muss ich mich einmal konzentrieren, muss ich kurz die Klappe halten. So, also überall lasse ich so ein bisschen einen Streifen, einen Abstand. Außer hier. Da mache ich es so eng wie möglich, weil da läuft nachher der Sand durch und damit das ein bisschen laufen kann, mache ich hier so eng, wie es geht. Aber ansonsten lasse ich überall ein bisschen Platz, damit man den Streifen eben nicht von vorne durchgucken sieht. So, wunderbar. Und dann nehme ich noch einen zweiten Streifen. Und eben ein Streifen reicht perfekt, um hier zu enden. Und hier ist nämlich keine Stelle, wo der Sand besonders oft ist. Das heißt, da rieselt er auch nicht raus. Und wenn man das anschließt, das muss man wirklich dicht machen. Also drückt ruhig ein bisschen dagegen. Das muss wirklich schön dicht sein. Sonst, wie gesagt, habt ihr nachher Schweinerei und dann irgendwann kein Sand mehr in der Karte. So, das machen wir jetzt nach da. Und schneiden hier so einen Streifen raus, dass wir hier so ein Loch haben, wo wir den Sand reinkippen können. Und das hier aufheben, das benutzen wir gleich nachher noch zum Abdichten. Und dann habt ihr genauso irgendwie fast anderthalb Streifen benutzt. Das ist dann wunderbar. Wenn das Band noch nicht abgezogen ist, gehe ich noch mit dem Embossing-Buddy hin und gebe ein bisschen von dem Pulver auf die Folie drauf. Das hilft einfach, weil mein Sand sehr fein ist. Wenn ich eine Auswahl hätte und nicht sowieso schon Sand hätte, würde ich einen kaufen, der ein bisschen gröber ist. Das sieht einfach, finde ich, cooler aus. Je nachdem, welchen Look ihr haben wollt. Und dann bei dem feinen Sand würde ich ein bisschen von dem Pulver hier reinschmieren, dass eben die Statik so ein bisschen befriedigt ist und nicht der ganze Sand am Ende kleben bleibt, sondern nur das Pulver. Das sieht man nämlich fast gar nicht. In dem Sand dann nachher sowieso schon gleich zweimal nicht. Passt aber auf, dass ihr euch nicht die Klebestreifen pulvert. Normalerweise, wenn ihr größere habt, zum Beispiel wenn ihr das Herzkonfetti nehmt, würde ich mit dem Embossing-Buddy auch hier an den Rändern innen lang gehen oder auch mit dem Finger, den ihr in Puder gedippt habt, damit man es innen die Klebrigkeit wegkriegt. Sonst bleiben nämlich die Herzen so am Rand stecken und bewegen sich nicht mehr, wenn die sich da festgeklebt haben. Bei dem Sand ist das nicht so schlimm, weil das ist ja sehr fein und dann klebt halt ein bisschen Sand. So what? Das sieht man nachher gar nicht, weil das ja immer so ein bisschen weg ist. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich da gerade versuche zu erzählen. So, jetzt kleben wir eben diese Sandhue da drunter. Dafür ziehen wir die Klebestreifen ab und setzen die da drauf. Jetzt muss ich da immer drüber gucken. Jetzt gut andrücken überall einmal. Wie gesagt, das soll nachher möglichst dicht sein. Und jetzt füllen wir den Sand da rein. Dafür mache ich einen kleinen Trichter aus Schmierpapier, stecke den dann da oben rein. Also hier so ein flacher Trichter. Stecke den da oben rein und fülle da jetzt Sand rein. Ich habe jetzt einfach hier so einen Deko-Sand. Und einen Löffel. Und dann macht man das da rein. Und guckt dem zu, wie es da rein fließt. Sieht total cool aus. So, noch ein bisschen. Ja, so passt's. Gut. Wird ihr natürlich auch, wenn ihr vom Strandurlaub habt, da Sand klauen und das ein bisschen verewigen. So. Und jetzt haben wir eben da oben noch dieses Loch drin. Und das kleben wir jetzt zu mit dem Extrastreifen, der von vorhin noch übrig ist. Und dafür piekse ich den auf eine Pinzette auf und quetsche den so richtig schön hier rein. Dass der da gut anschließt. So. Ja, sieht man leider nicht, weil es jetzt nicht da ist. Aber ihr guckt wirklich, dass ihr das oben und unten dagegen quetscht. Sonst rieselt euch der Sand da raus. Ihr könnt das auch nachträglich noch abdichten. Das habe ich bei einem Projekt gemacht. Da habe ich es nicht so ganz dicht hinbekommen. Ich muss jetzt noch das Trägerpapier da rausgefummelt bekommen. Wenn ich es schaffe. Beim einem Projekt war es nicht so ganz dicht. Das habe ich dann abgedichtet mit einem Mini-Glue-Dot. Das hat dann auch super geklappt. So. Jetzt sieht man hoffentlich hier, dass das eben schön dagegen gedrückt ist. Jetzt könnt ihr es einmal austesten. Ob was rausrieselt, tut es aber nicht. Das heißt, es ist dicht und dann ist alles gut. So. Jetzt kann ich hier mal den Sand ein bisschen weg machen. Weil Sand und Stempelkissen vertragen sich nicht ganz so gut. Genau wie Glitzer. Deswegen mag ich auch kein Glitzer. So. Und jetzt schneiden wir noch hier ringsrum einfach das vanillefarbene Papier ab. Einfach hier dicht an den Shakerstreifen schneiden. Deswegen war es auch völlig egal, wie groß das letzten Endes ist. So, dass wir einfach hier nicht die Shakerstreifen verletzen, sonst rieselt es ja raus. Aber halt so. Und dann habt ihr hier eure Sanduhr. Sehr cool. So, jetzt setzen wir noch den Rest der Karte zusammen. Das heißt, das ist die Basis. Wo ist mein Kleber? Hier. Ich setze mal das olivgrüne Teil drauf. Ich sehe gerade, ich könnte es sogar von der Rückseite ankleben, weil die Stanzplatten haben das so leicht grisselig gemacht. Könnte man auch benutzen. Ja, mache ich. Hat auch ein bisschen mehr Textur. Dann klebe ich es jetzt mit der schönen bearbeitenden Seite nach unten. Aber die grisselige Stanzseite, das hätte ich natürlich direkt die Farbe über die grisselige Seite machen können. Das ist wie so ein Embossing-Forder. Ja, grisselig ist cool. So, das klebt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Kartenlage ist nicht mehr ganz so stabil, weil wir ja was rausgestanzt haben. So, und dann das hier. Da, wenn ihr geprägt habt, immer schön flächig aufkleben. Ganz dünn. Aber flächig. Wunderbar. Ja, sieht cool aus. Gefällt mir. Und es ist deutlich wärmer und freundlicher als die letzte Karte. Der, das hier kommt dann nachher da drauf. Da muss ich aber gucken, vielleicht will ich erst noch das Gestripp unten drunter machen. Wir kleben erst mal noch das an. Und nachdem wir hier und da auf die Folie kleben, und wie auf Folie ja Flüssigkleber nicht so gut hält, nehmen wir auch da Abreißklebeband für direkt hier auf oben und unten. Dann hält es nämlich gescheit. So, aber auch da hatte ich überlegt, vielleicht das Gestripp unter den Rahmen der Sanduhr zu machen. Wenn man das dann ein bisschen besser sieht. Dass mir die hier so hinter die Sanduhr führen. Ich glaube, das versuche ich mal. Oder zumindest ein oder zwei Zweige davon. Ja, und dann lasse ich das einfach so. Ich habe bei dem anderen ein bisschen Flüssigkleber hier auf die Holzstreben gemacht, aber das lassen wir jetzt. Und dann können wir nämlich das Gestripp da so drunter fädeln. So, hier muss man ein bisschen zirkeln, weil das schließt perfekt oben und unten ab. Da muss man langsam und vorsichtig kleben, sonst hat man da am Ende eine Lücke drin. Das sieht man dann. So, und so haben wir eben die Sanduhr. Ist total cool, gefällt mir. Super gut. So, ach so, bevor ich es vergesse zu sagen. Man könnte, ich klebe das jetzt flach auf. Man könnte einen Mechanismus bauen, mit dem man die Sanduhr umdrehen kann. Keine Ahnung. Ihr nehmt euch einfach irgendwelche zwei Teile. Zwei so Fastkreise. Zum Beispiel das Teil, das da rausgestanzt wurde, würde sich gut dafür eignen. Dann nehmt ihr das so. Dann piekst ihr da ein Loch durch. Wo ist mein Loch? Und noch ne Klammer brauche ich. Das sollte ich nochmal gesagt haben. So, das heißt jetzt so, pieks. Und dann setzt man da eine Klammer durch. Eine am besten hier mit dem großen Kopf. Damit es da nicht raus geht. Eins, zwei. Dann kann sich das schön drehen. Und dann klebt man dieses Teil da oben dran und dieses Teil da unten dran. Und dann kann sich die Sanduhr nämlich umdrehen. Dann müsst ihr gucken, dass ihr die Klammer genau da drauf kriegt. Aber wenn man das gegen das Licht hält, dann sieht man das Gestempelte da durch. Wo ist mein Handy? Das kann ich vielleicht einmal zeigen. Wenn man das gegen das Licht hält. So rum. Dann seht ihr das Gestempelte durch. Das heißt, ihr macht euch hier dann einen Punkt drauf. Da, wo es hinkommt. Und da klebt ihr die Klammer dann oben drauf. Dann ist es nämlich genau in der Mitte. Und dann kann man diese Sanduhr umdrehen. Ich mache das nicht, weil ich finde, das braucht man nicht. Das läuft ja nicht ewig, diese Sanduhr. Das geht ja relativ schnell durch. Das heißt, es bringt nichts, sich sie umzudrehen und irgendwo hinzustellen und anzugucken. Weil es läuft sowieso super schnell durch. Das heißt, wenn man mit der Karte spielen will, dann kann man sie auch in der Hand halten und umdrehen. Weil man kann sie nicht eben eine halbe Stunde auf den Schrank stellen und dem angucken. Deswegen habe ich mich gegen den Mechanismus entschieden. Sondern ich klebe das einfach flach drauf. Aber wenn ihr das als ein nettes Gimmick haben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. So. Und jetzt kleben wir noch so ein bisschen Gestrüpp eben oben drauf. Einfach nur auch, weil das im Sketch so vorgeschrieben war, dass man das macht. Das heißt, ich schneide die hier auseinander. Da, wo die wieder alle zusammen und dann wieder auseinander gehen. Ist eine gute Stelle, um das Gestrüpp abzuschneiden. Und dann mache ich ein bisschen eben Gestrüpp hier hinten dran. Weil es der Sketch so vorgegeben hat, dass wir unten links und oben rechts in der Diagonale noch irgendwas brauchen. Plopp, plopp, plopp. Und dann mache ich einfach irgendwie. Und wenn das hier nicht hinter der Sanddur verschwindet, dann schreibe ich das einfach ab. Dann sieht das aus, als würde halt der Zweig an der Stelle aufhören. So, der klebt noch nicht gescheit. Da muss ich nachher vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen. Hier mache ich das Gleiche. Aber diesen da könnte man auch einfach so hinkleben, dass der dann verschwindet. Klebt es nicht perfekt punktsymmetrisch auf, weil es soll ja was Organisches sein. Und Punktsymmetrie würde man dann erkennen als Betrachter. Ja, deswegen nicht perfekt punktsymmetrisch aufkleben, sondern nur so ungefähr. So, machen wir das noch ein bisschen raus. Ja, wunderbar. Ist doch cool. Und dann kleben wir hier noch die beiden Sträucher ein. Und zwar wollte ich die so leicht unter der Sanddur haben, damit die Sanddur ein bisschen besser zur Geltung kommt. Das heißt, hier in der Mitte mache ich ein bisschen Kleber hin. Und natürlich unten. Dann fummeln wir das mal hier drunter. So. Ja, sehr cool. Gefällt mir. Und auf der anderen Seite nochmal. Plopp, 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 plopp. So. Wunderbar. Und jetzt schneide ich unten. Noch so ein kleines bisschen wellig rein. Weil ja unsere Büttenkante auch so ein bisschen wellig ist. Gut. Das kommt jetzt hier draufgeklebt. Und dann sind wir auch soweit fertig. Man könnte, also erstmal das hier, schön flächig, aber dünn, weil sonst sieht man die Klebesprung am Ende in der Sanddur. So. Und das wird jetzt schön aufgeklebt. Und jetzt haben wir hier eine schöne Sanddurkarte. Das braucht noch eine Sekunde, das braucht noch eine Sekunde, bis das angezogen ist. Da kann ich ja nicht dagegen drücken, wegen der Folie. Aber die Idee sieht man schon von der Karte. Und dann kann man hier damit spielen und den Sand durchrieseln lassen. Genau. Ihr könnt schauen, dass ihr die Stelle, wo ihr das zugemacht habt, unten ist, weil tendenziell hält man es dann eher so und sieht oben nicht diesen Streifen. Also den könnt ihr nach unten kleben. Bis dahin war es ja komplett punktsymmetrisch. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Den Mechanismus zum Umdrehen habe ich euch gezeigt. Man könnte noch den Spruch drauf machen, wenn man denn will. Also zum Beispiel hier dieses Banner könnte man zum Beispiel hier unten drüber machen. Und das dann stempeln mit einem der Sprüche, die da drin ist. Die sind mir gerade alle ein bisschen kitschig. Gemeinsame Zeit ist das schönste Geschenk. Es ist schön, wenn man jemandem wie so einen Eventgutschein zum Beispiel schenkt. Und das könnte man machen. Und die Zeit vergeht. Die Liebe bleibt es zum Beispiel für einen Hochzeitspruch, finde ich. Oder halt für etwas Hochzeitähnliches, wenn man das halt irgendwie zwei Liebenden schenkt. Also dann kann man das auch machen. Aber sowas jetzt ich ja gerne auch dran aufwenden, wenn ich es letztendlich brauche. Also ihr wisst, ihr könnt einen Banner drüber machen, wenn ihr wollt. Aber die Karte spricht eigentlich auch für sich. Ich finde die auch so ziemlich cool. Genau. Jetzt zeige ich euch nochmal die anderen Varianten. Also das ist die helle Version mit dem Gestrüpp. Und das ist die dunkle Version mit dem Gestrüpp. Das hier ist Granit. Das hinten ist Kieselgrau. Jetzt sehe ich eine Sache, die ich hier gemacht habe und da drüben vergessen habe. Ich habe die Ränder so richtig abgefragt. Indem ich vor dem Aufkleben mit dem Falzbein einfach dagegen geschlagen habe. Um einfach das Papier kaputt zu machen. Das kann man jetzt im Nachhinein immer noch machen, wenn man will. Indem man mir einfach die Finger nimmt und da rein gräbt und so weiter. Das passt dann schon. Ich sehe übrigens gerade, ich habe die vanillefarbene Lage. Ah ne, ich habe sie doch richtig rum aufgeklebt mit den Wörtern richtig rum. Okay, puh. Also das kann man noch machen, wenn man will. Ich finde sowas total cool. Man kann einfach mit dem Fingernagel reingehen und das ein bisschen kaputt machen. Und das ist die Steampunk-Variante. Wie gesagt, die Zahnräder sind vom Timholz. Die Prägeform hier hinten, so Zahnräder sind auch vom Timholz. Das sind einfach so Metallzahnräder, die ich irgendwo noch gefunden hatte. Der, das hier ist auch wieder, ne, das ist, doch das ist auch Granit- und Kieselgrau. Aber ich habe es deutlich mehr beschmiert, sodass sich das etwas näher kommt. Die kupferfarbene Folie, die ist aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Die habe ich gestern im Auspack-Video gezeigt. Die, das ist diese oxidierte Kupferfolie. Und da ist eben auch eine drin, die nur Kupfer ist. Und das hier ist die, die nur Kupfer ist. Und die ist perfekt geeignet für Steampunk. Richtig, genau. Ansonsten, der Totenkopf ist aus dem Piraten-Set. Da ist so, hier dieser Totenkopf drin. Ich habe nur die Knochen abgeschnitten. Also der kommt da raus und der hat noch zwei Glitzersteine, zwei rote, in die Augen gesetzt bekommen. Genau. Und der Sand ist auch ein bisschen ein anderer. Das ist so ein Spiegelsand. Der ist einfach deutlich dunkler und irgendwie epischer für die Art von Karte gewesen. Aber ansonsten, gemacht ist die genau gleich. Ich habe nur andere Produkte benutzt und eben auch ein paar Fremdprodukte. Genau. Ihr könnt unten reinschreiben, was ihr cooler findet und ob ihr das schenken würdet. Zu einer Hochzeit zum Beispiel mit einem Hochzeitspruch drauf. Ich finde die Message eigentlich ganz süß. Und genau. Das war es für meinen Teil vom Video. Wir gucken uns jetzt noch an, was aus dem Internet und von euch, aus der Fanbase alles eingegangen ist. Dafür wechsle ich zuerst in den Computer und zeige euch, was per Mail und per WhatsApp alles eingegangen ist. Dann schauen wir uns noch an, was per Post eingegangen ist. Und zu guter Letzt zeige ich euch natürlich noch den Sketch für den nächsten Monat. Das ist die E-Mail-Adresse, der-stempel-at-gmx.de, an der ihr gerne die Projekte, die ihr macht, auch für den nächsten Monat einschicken dürft. Jeder darf mitmachen. Alle sind willkommen. Sehr gerne. Generell, das ist auch die E-Mail für alles. Da könnt ihr auch bestellen oder Fragen stellen oder was auch immer ihr möchtet. Genau. Zuerst zwei organisatorische Sachen. Erstens. Ich bin auch nur ein Mensch und mein Computer ist auch nur ein Computer. Also manchmal macht er Computer Dinge, die irgendwie seltsam sind und manchmal versammel ich es auch. Zum Beispiel hier dieses Projekt von der Birgit. Das ist noch für den letzten Sketch da gewesen und die E-Mail ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Tut mir leid, Birgit, aber ich wollte dein Projekt unbedingt noch zeigen. Genau. Also das ist das Projekt von Birgit für Sketch 14. Das tut mir leid. Und es ist auch ein Sketch zum Beispiel jetzt dieses Mal, da konnte ich die Bilddatei nicht öffnen. Und ich weiß gar nicht warum, weil die sieht ganz normal aus. Ihr kennt es manchmal auch, der Computer spackt dann irgendwie, keine Ahnung. Aber sowas reiche ich danach, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Passiert. Was ich generell noch organisatorisch sagen wollte, ihr bekommt von mir keine Antwort auf eure Sketch-Einsendung. Denn ich gucke mir diese Mails, bis ich beim Sketch-Video bin, noch nicht gescheit an, weil ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von den Sachen, die ihr eingeschickt habt, weil mein Projekt zu der Zeitpunkt noch gar nicht entwickelt ist. Deswegen bitte geduldig warten. Ihr bekommt tatsächlich leider keine Antwort, von wegen dein Sketch ist angekommen, weil dafür müsste ich mir die Mail öffnen und angucken und die Projekte angucken und das möchte ich nicht. Ja, das habe ich einfach für mich so gewählt. Okay, dann fangen wir an mit den 15er-Sketchen. Also erst fängt an, Bettina hat hier mit der Töpferkunstreihe gemacht aus dem neuen Jahreskatalog. Dann habe ich von Schweiberlein ein Projekt bekommen mit Regentropfen im Hintergrund. Dann von der Peggy habe ich eine Schüttelkarte bekommen mit Fischen drauf. Und von der Margit habe ich hier eine Karte mit einem diagonalen Negativstreifen bekommen. Auch sehr, sehr cool. Dann habe ich von der Christine eine Karte in Knallpink bekommen mit Konfetti drin. Und hier ist zum Beispiel das Shaker-Element durchgestanzt, also hinten drauf. Anders wie bei mir beim... Ich habe es ja oben drauf gebastelt. Dann habe ich von Crafting Lady dieses Projekt hier bekommen mit einem Blümchen auf der Diagonalen. Dann habe ich von der Beatrix ein Projekt bekommen mit dem Ginko-Blättern drauf. Und von Rihanna habe ich gleich vier Projekte eingesendet bekommen. Rihanna hat keine Shaker-Karten gebastelt, aber trotzdem, sie hat in diesem Rahmen immer Pergamentpapier eingesetzt, dass das Band so ein bisschen gemattet wird und dann da drauf gestempelt. Also einmal in Minzmakrone und einmal in Sommerbeere. Und noch einmal in Rot. Und dann habe ich noch eins mit Inservanne. Da ist direkt aufs Band drauf gestempelt. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Dann habe ich von Barbara eine Shaker-Karte bekommen. Zur Einschulung ist die mit ganz vielen Buchstaben drin. Und von Petra habe ich eine Fischkarte bekommen. Ein bisschen Unterwasser-Look. Da habe ich auch einen sexy Instagram-Diagonal-Pick bekommen. Da wollte ich auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren, weil einige von euch schicken mir die Diagonal-Bilder. Ich zeige die aber nicht immer. Generell zeige ich, wenn ihr mir zehn Bilder schickt, zeige ich davon vielleicht zwei oder drei, dass halt irgendwie sinnvoll erkennbar ist, was ihr gemacht habt. Und auch diese Diagonal-Bilder, die sind immer da, um irgendwie Plastizität zu zeigen. Also hier auf dem Bild sieht man schön, dass dieser Taucher hier oder dieser Angelhaken so eingebettet ist. Und man sieht die ganzen Lagen und hier die Shaker-Dinger. Also dieses Bild zeigt schön die Plastizität. Es geht nicht darum, einfach die Karte von Diagonal zu fotografieren und bumms, sondern es geht darum, auf diesen Bildern irgendwelche Plastizität oder irgendwelchen besonderen Elemente zu zeigen. Das heißt, wenn ihr das auf den Diagonal-Bildern macht, zeige ich die super gerne. Dann sind die nämlich super sexy. Aber nicht einfach nur die Karte auf schräg legen und denken, okay, jetzt ist er dem glücklich. So funktioniert es nicht. Und guckt auch, dass ihr es nicht zu schräg macht, sonst erkennt man nämlich nichts mehr. Ist auch schon, sehe ich auch öfter. Okay, vielleicht machen wir mal einen Fotokurs oder so. Timstift, wie man Bilder einschickt. Generell guckt auch, dass ihr einen neutralen Hintergrund bedingt. Bei vielen liegen noch Schmierzettel im Hintergrund oder auf einer Bastelunterlage oder so. Sondern nehmt eine weiße Wand, eine weiße Unterlage oder einen Holzboden oder irgendwas Neutrales. Ihr könnt es auch auf dem Bogen Designer-Papier nehmen. Da gibt es auch immer wieder neutralere Muster. Das geht auch. Also guckt das, was Neutrales im Hintergrund ist. So, da habe ich von der Dana ein Bild bekommen. Genau, das ist sogar sehr nah an dem Sketch dran, hier mit diesen abgerundeten Ecken. Dann habe ich von der Caroline ein Bild bekommen mit dem Musikset. Und von der Sylvia habe ich eine Karte bekommen. Und die Karte gewinnt, glaube ich, den Kreativitätspreis, weil das Shaker-Fenster ist hier in dem V-Fenster von dem Laden. Und da ist das Shaker-Element eingebaut. Das fand ich super cool. Genau, da habe ich von der Petra, das ist die Petra aus meinem Team, die immer mit den Tierchen bastelt. Da habe ich eine Karte bekommen mit einem Vögelchen drin. Und ich habe eine Karte bekommen mit einer Eule drin. Und noch eine Karte mit einer Eule. Und da seht ihr zum Beispiel ist das Papier aus den Online-Exklusiven, dieses winterliche, benutzt worden. Finde ich super schön. Genau, dann habe ich von der Sabine ein Projekt bekommen. Auch Maritim mit Shaker-Kugeln drin. Sehr cool, so ein Bullauge. Und von der Peggy habe ich ein Projekt bekommen, auch mit der Töpferkunstreihe. Auch hier gibt es, glaube ich, genau ein Diagonalbild, wo man schön die Plastizität, das ist oben leider ein bisschen unscharf geworden. Die meisten Handykameras können nur einen Bereich scharf stellen. Aber oben hätte man zum Beispiel ganz toll die Plastizität gesehen und unten eben die verschiedenen Lagen und die Pünktchen. Also da sieht man schön, warum so ein Instagram-Diagonal-Pick. Und da seht ihr auch, dass es nicht zu schief geworden. Also so, dass man immer noch gescheit was erkennen kann. Okay, und da sind wir schon durch mit den E-Mail-Bildern. Jetzt kommen noch die WhatsApp-Bilder. Da unten ist meine Nummer, da dürft ihr mir auch gerne hinschreiben. Wenn es für euch kein Umstand ist, dann schickt ihr es mir bitte lieber per Mail. Also Mail ist für mich einfacher. Das sind weniger Klicks, bis das Bild dann da ist, wo es hin soll. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich es vergesse. Auf WhatsApp ist es für mich deutlich umständlicher. Also wenn es für euch ganz oder sehr viel einfacher ist auf WhatsApp oder SP-E-Mail nicht so gut können, dann macht das gerne per WhatsApp. Das ist kein Ding. Aber wenn es für euch letzten Endes egal ist, dann wäre mir E-Mail lieber. Aber nichtsdestotrotz, hier sind die WhatsApp-Bilder. Auch danke an die Leute, die es per WhatsApp einschicken. Und zwar habe ich von der Myra ein Bild bekommen. Hier auch Shaker-Karte. Und sie hat sogar reingeschrieben, sie hat alle diese Sachen abgecycelt. Also das sind alles Papierreste, die sie benutzt hat. Dann habe ich von Mutzi-Kippchen eine Superheldinnen-Karte bekommen. Auch da gibt es ein Diagonalbild, wo man schön die Shaker-Elemente sieht und die Plastizität. Und die Christina hat mir ein Bild mit kleinen Tierchen geschickt, mit Glitzer drin. Und die Fleur hat mir gleich drei Projekte geschickt. Nämlich einmal Schmetterschlänge und einmal das Galaxy-Boot. Das habe ich auch schon mehrfach angesprochen, dass man das mal machen könnte. Finde ich super cool. Und noch hier so eine stilistische Karte mit so einem Landschaftsdesigner-Papier drauf. Ganz schlicht und einfach total cool. Gut, und dann habe ich noch ein letztes Projekt von der Mandy. Auch eine Karte hier in Shaker-Karte. Die ist auch wieder relativ nah an der Vorlage dran. Aber ein bisschen kürzer und dafür dann oben und unten noch was hingesetzt. Auch super schön. Genau. Und ich glaube, das ist es. Ach nee, von der Hedi habe ich auch noch Projekte bekommen. Und zwar einmal dieses hier. Das ist ein bisschen schade, weil die können deutlich mehr noch shakern als einfach nur shakern. Also die Elemente da drin. Der Wichtel bewegt sich auch. Nur ich kann nicht so gut Videos einbinden hier. Deswegen zeige ich euch nur die Bilder. Und hier ist zum Beispiel ein Schiff. Und unter Wasser ist dieses Shaker-Fenster. Das Schiff kann aber in diesem Schlitz in der Aussparung zum Beispiel auch fahren. Auch sehr, sehr cool. Genau. Das ist es. Vielen lieben Dank an alle Einsendungen. Jetzt gucken wir euch noch die Präsenzeinsendungen an. Die habe ich nur vorher schon gedreht. Deswegen sage ich an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die immer mitmachen. Ihr dürft, ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, eure Projekte auch gerne auf Instagram einstellen. Ich weiß nicht, jeder hat von euch Instagram. Aber ich werde auch immer mal wieder gefragt, ob ich denn den Instagram-Namen noch dazu sagen kann. Nee, um ehrlich zu sein, ist mir das zu aufwendig, da jetzt noch überall einen Instagram-Namen hinzuschreiben. Da ist er bei manchen drin und bei manchen nicht. Ihr dürft aber sehr gerne eure Projekte auf Instagram hochladen und mit dem Hashtag StemplerSketch15 versehen. Und dann poppt es in dem Album auf und dann können andere Leute gucken. Also wenn ihr gerne noch Inspirationen haben wollt, dann könnt ihr auch gerne mal da durchgucken. Und tendenziell sind die Leute, die diese Projekte eingestellt haben, haben auch bei den anderen Sketches mitgemacht. Also da könnt ihr mal die Leute auschecken gehen und euch noch mehr Inspirationen abholen. Okay, ich habe hier vier Projekte liegen. Und zwar als allererstes von der Milka habe ich dieses Projekt hier bekommen. Auch relativ einfach im Hintergrund mit ein bisschen Farben was gestaltet. Eine Diagonale drüber und dann ein Element in die Mitte. Dann habe ich bekommen, hier, ich muss mal reingucken, von wem ist das? Von Katja. Habe ich einen Luftballon bekommen mit einem Regenbogen dahinter. So. Und dann habe ich von Conny ein Projekt bekommen. Conny hat auch Sand benutzt. Und den Sand zum Beispiel finde ich viel cooler als den Sand, den ich habe. Das ist ein richtig schöner Sand. Hier in so einer Kuppel als Shaker-Element. Und dann habe ich ein Projekt bekommen von der Sonja. Die hat erst noch eins vom letzten Sketch eingeschickt. Das hat sie gesagt, das ist vom letzten Sketch. Das hat sie aber nicht rechtzeitig rausgeschickt bekommen. Und das für diesen Sketch sieht es so aus. Sie hat es ein bisschen auf eine Diagonale gesetzt. Sie hat die Giraffen benutzt und das Animal Print Papier aus dem letzten Katalog. Und eben diese Plastiktüten-Shaker gemacht, die ich auch schon mal gezeigt hatte mit einer Schneeflockenkarte. Ist aber schon eine ganze Weile her. Genau. Also das sind die Präsenzkarten gewesen. Vielen lieben Dank dafür. Und dann gucken wir nochmal, was der nächste Sketch ist. Der nächste Sketch sieht so aus. Erstmal vielen lieben Dank für die Petra, für den Sketch 15. Und dieser Sketch hier ist jetzt entworfen von der Janina. Vielen Dank an Janina. Und die Bonusaufgaben, das ist in einem nächtlichen Call aus meinem Team-Call entstanden. Die Leute hier von den Sketchen sind ja immer aus meinem Team. Aber die Bonusaufgaben habe ich entwickelt mit Janina und mit Uli zusammen. Vielen Dank an euch beide. Das ist der Sketch. Der ist absichtlich wieder etwas einfacher gehalten. Deswegen dachte ich, mache ich die Bonusaufgaben mal ein bisschen ausgefeilter. Und zwar, also erstmal so ein Sketch. Also ihr habt da so ein Mittelelement hier, diesen Strich. Da könnt ihr zum Beispiel ein Band nehmen oder was auch immer. Die obere und die untere Lage hier ist nicht spezifiziert. Das könnte die gleiche Lage sein, wo ihr was drüber gesetzt habt. Das kann aber auch zum unterschiedlichen sein. Also ihr könntet da oben ein Designer-Papier nehmen und da unten ein Farbkarton oder was auch immer. Und hier unten soll einfach noch irgendwas hin. Ihr wisst, die Form ist nicht immer vorgeschrieben. Also da müsst ihr kein Ovalen nehmen, wenn ihr keine Ovalen mögt. Nehmt einfach irgendwas, was euch da gefällt. Genau, das ist das. Und die Bonusaufgaben ist diesmal tatsächlich eine Entweder-Oder-Aufgabe. Und zwar, nachdem da ja so viel Platz oben ist, ist das Besondere an dieser Karte, das was irgendwie bestechen soll mit der Optik, ist natürlich oben in diesem großen Feld. Das heißt, die Bonusaufgabe ist wieder so eine Art Designer-Papier zu erstellen. Und zwar entweder mit einer Aquarell-Technik oder mit einer Alkohol-Technik. Für die Alkohol-Technik, da kann man Alkohol-Farben benutzen, wenn ihr sowas habt. Das kann man aber auch faken mit Stampin' Blends, also mit Alkohol-Markern und dann Alkohol drauf träufeln. Auf Pergamentpapier, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Das ist mit Booten gewesen. Ich hoffe mal, ich denke daran, das am Ende zu verlinken. Ansonsten findet ihr das auf meinem Kanal. Ich glaube, da müsst ihr mal gucken nach Alkohol-Technik, dann müsst ihr das aufploppen. Es sind Schiffe drauf und so ein Alkohol-Hintergrund. Also, und wer kein Alkoholzeugs hat, der macht eine Aquarell-Technik. Also, die Idee ist diesmal, wieder ein aufwendigeres Designerpapier zu gestalten für oben. Aber, wie der Name schon suggeriert, Bonusaufgaben ist immer Bonus. Also, wenn ihr Bock habt, dann macht ihr es. Aber wenn nicht, dann auch nicht. Dann könnt ihr auch einfach was Leichtes machen. Gut, das ist es für diese Stelle. Ich möchte nochmal vielen Dank sagen für alle Projekte, die eingegangen sind. Ich freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn hier die ganzen Briefe ankommen in der Post. Oder auch, wenn ich ganz viele Mails bekomme. Ich freue mich, dass ihr dieses Format gut annimmt und ich freue mich, dass so viele Leute mitmachen. Dieses Mal war es wieder etwas mehr, was mich sehr gefreut hat. Großer, großer Aufruf an mein Team, bitte an der Stelle nochmal. So langsam gehen die Sketche aus, die von euch gekommen sind. Und ich fände es schön, wenn es tatsächlich team-exklusiv weitergehen könnte mit den Kompositionsskizzen hier. Also, kritzelt einfach irgendwas auf dem Papier und schickt mir ein Bild auf WhatsApp. Dann kann ich das nächstes Mal als Gedankenstütze nehmen. Oder auch kreative Bonusaufgaben. An das Publikum, ihr dürft natürlich gerne auch einsenden. Ihr dürft zum Beispiel kreative Bonusaufgaben in die Kommentare schreiben oder auch mir per Mail oder sowas. Da freue ich mich total gerne. Aber die Sketche würde ich tatsächlich ganz gerne vom Team haben. Also, liebes Team, macht mal bitte mit. Das wäre total schön, wenn wir das am Laufen behalten könnten und dass es nicht an der Stelle kaputt geht. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt mal wieder was gelernt. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches von den Sandlohn-Projekten euer Favorit ist. Und gerne natürlich auch an die Leute, die Sketche eingeschickt haben, dürft ihr da schreiben, welche euch besonders gut gefallen. Dann können die nämlich noch ein bisschen Lob abholen in die Kommentare. Schreibt viele nette Sachen unten rein. Danke und wir sehen uns einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem natürlich beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.